Das ist der Softscreen von LumiQuest für Aufklappblitze an Spiegelreflexkameras, digital wie auch analog. Den werden wir jetzt mal hier einfach an dieser Nikon befestigen. Man klappt also einfach den Blitz hoch, dann nimmt man den Softscreen und als kleinen Trick vorne noch, da ist so eine kleine Lasche. Die drücken Sie einfach mal ein bisschen kurz mit den Fingern zusammen und dann wird das Ganze in den Blitzschuh eingeschoben. Das geht einfacher, als wenn man das versucht gerade reinzumachen. Dann vorne einfach genau vorne drüber und schon ist das Ganze hier also an dem Aufklappblitz befestigt. Das ist der Softscreen von LumiQuest.